Jo, ich habe hier gerade den Emil im Park entdeckt. Das ist ja mega cool. Seht ihr dahinter mit die Treppen? Da eine und da oben ist noch eine. Ich glaube, da hat er übelst was vor. Hallo Freunde, was geht ab jetzt? Gehe ich hier hoch, springe alte Treppen runter und sage ich lecker schief, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall mache ich das alles. Ich gehe mal hoch und mache es. Du hast die großen Treppen willst du springen? Ja. Und dann willst du auch noch einen Trick machen? Ich weiß nicht, ob ich es mache. Ich denke ich mache es. Da kommt der Emil auch schon. Und mit Frick mit einem Cross-Up. Da war die nächste Treppe. Ich komme ja gar nicht hinterher. Und wieder mit Cross-Up. Jawohl. Und noch ein kleiner Jump zum Schluss. Und wieder mit Cross-Up. Der Emil ist voll krass. Da kommt er uns wieder entgegen. Leute, der Junge, der hat es echt drauf. Sechs Jahre alt. Ich weiß auch nicht. Mal gucken, wo das noch hinführt. Ich bin sehr gespannt. Super, mein Großer. Und an jeder Treppe mit Trick. Oder hab ich das richtig gesehen, oder? Ja. Hast du richtig gesehen? Das ist ja mega. Ja. Auf jeden Fall gibt es Life. Dafür müsst ihr auf jeden Fall ein Like geben, Jungs und Mädels. Weil das war einfach nur der Hammer. Ja. Peace. Also. Z학 mistake. Auf jeden Fall wird es noch beglehen.